Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du er ist hier das Alpha-Tier Und am Ende des Tages Und am Ende des Tages Und am Ende des Tages Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2017 die du drücken musstest, damit hier jetzt nochmal so ein Special Sankoku in zweifachen oder vierfachen sowas, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, als wo er diese extrem lange Arbeit hat, musst du so eine Knopfkombination drücken und dann hattest du den freigeschaltet hier, aber ich kenne die nicht mehr, ich habe die mir mal aufgeschrieben, aber ich habe keine Ahnung wo die sind, ich würde mal zum Anfang sehr klischeehaft kämpfen wollen, achso, ich dachte ich könnte jetzt noch einen Gegner ausnommen oder sowas, ok Super Goku vs Genios, ja, ich drücke, aber es passiert nichts, er ist ja Spielaufgaben, ihr könnt sehen, ich versuche gerade hier, ja da, select, analog, hier alles runter, hier drunter, hier alles analog aus, machen mal, aber es passiert nichts, daher schnippe ich das mal gerade und wir müssen das gleiche nochmal machen, aber wahrscheinlich werden wir nicht gegen Genios kämpfen können, so, bis gleich! So, da sind wir wieder, äh, wir versuchen es noch einmal, Super Goku vs Piccolo, Ah, jetzt hat es funktioniert, freu ich mich doch, diesmal kämpfen wir gegen Piccolo, auch ein bisschen klischeehafter, ist auch ganz gut, ich schlauere hier mit Schlauanzauf rum, ist voll gemütlich und so, jetzt pumpe ich mir noch ein bisschen in den Ohren rum, muss alles sein, Leute, muss alles sein, ja, beim Laden, das Schöne halt bei sowas hier, wo man mit der Kamera aufnehmen muss, äh, ich muss halt nicht so viel zurechtschneiden, sondern kann alles gleich so belassen, wie es ist, ich muss nicht gucken, wo lege ich jetzt meine Tonspur runter, gut, es war ein bisschen Videoqualität, ein bisschen bescheiden, aber, ja, jetzt laden noch ein bisschen, zwischendurch lädt es nochmal, ja, wir laden immer noch, ja, das Bedenken, das Spiel ist uralt, ich bin gerade ein bisschen leiser, um zu gucken und zu hören, ob es Ladetöne von sich gibt, hm, also, aha, oh, guckt euch die Mega-Grafik an, okay, hier trete ich, hier schlage ich, hier mache ich, hier verteidige ich mich, hier schlagen, hier ist hoch, ach, hier fliege ich, haha, wo, Scheiß, uh, hier geh ich runter, oh, den Kick gesehen, haha, Anspannung kaum zu übertreffen. Komm her. Ja, du Piccolo. Bam. Bam, 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 bam. Ich versuche gerade herauszufinden. Boah, super Kombo. Scheiße. Ah ja. Bam, 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 bam. Anspannung kaum zu übertreffen. Guckt euch das an. Ist unglaublich. Ich bin voll fertig. Ich bin so gut. Ich habe keine Ahnung, wie was funktioniert. Aber ich mache einfach. Boah, Farb jetzt. Ich habe vergessen, wie man tritt. Wie lade ich mich denn auf? Oh ja. Und dann noch einen dritten Leer. Und Tritt und Schlag. Boah, wir haben gewonnen. Yeah. Anspannung kaum zu übertreffen. Ach du Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie man sich auflädt, Leute. Ich bin auch gerade so ein bisschen erst mal am gucken. Boah, war das spannend. Ist ja unglaublich. Was? Great Saiyajama? Saiyajama? Er ist ein Great Saiyajama. Ach du Scheiße. Manche Figuren will ich sogar nicht kennen. Ich bin sowieso nicht so tief jetzt in der Dragon Ball Welt verankert. Was so viel heißen soll, dass ich nicht so viel von denen geguckt habe. Von der Serie und sowas. War ich jetzt nicht so großer Fan von. Ja du fernes Kind. Ja. Ja du fernes Kind. Das ist doch kein Kamehameha, ich versuche immer noch herauszufinden, wie ich mich auflade. Ah, man muss länger kreisdrücken. Ich versuche jetzt noch herauszufinden, ich werde mich verarschen, naja, alter, alter, vergiss es. Aufladenmodus, und jetzt? So, irgendwie mit Doppelklick, das irgendwie, aus der Puste, super, Bombe, nein, nein, falscher Knopf, Entschuldigung, Goku, nein, die verlieren, mach was Goku, lass die verlieren, wir müssen in die Defensive zwingen, das ist gut, das ist super, so machen wir ihn fertig. Nein! Nein! Oh, eine super Kombo! Oh, das hat damit nicht gerechnet hier, nein, lass es sein jetzt, au, nein, das ist so knapp, der Gewinn, der Gewinn! Ja! Scheiße, es ist so slave! Was macht denn der Ladebalken so weit da unten? Ach du Scheiße, jetzt muss ich als Goku gegen jeden einzelnen davon antreten, bis ich verliere, oder was. Ich dachte, ich könnte mir mal eine neue Figur auswählen. Oh, als Freezer, die Endform. Nee, Chico, du kannst nicht mitspielen. Katzen, aha. Was ist denn hier? Was ist das? Ich krieg irgendwas an meinen Sachen rum. Hm? Keine Ahnung. Noch mehr, Freezer. Ich friere dich ein. Nein, super Kombo. Oh, Alter. Ach, was war das jetzt so? Neue, eine Backpfeife. Au. Bam, 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 bam. Jetzt komm her. Nein, Freezer, du. Nein, was soll denn das? Bam, 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 bam. Ich verliere dich im Freezer. Nie im Leben. Bleib gefällig. Steh, du Affe. Du entkommst mir nicht. Backpfeifenchelle gleich. Bam, erst eine Schelle hier. Nein. Nein, die Superattacke. Nein. 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 Ihr dürft nicht verlieren. Komm schon. Komm schon. Boom, 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 boom. Ja. Scheiße war das knapp jetzt. Freezer aufs Maul, Digga. Boah, sind wir gut. Das ist ja unglaublich. An Spannung nicht mehr zu übertreffen, ey. So viel ist schon mal sicher. Das ist so lame. Das ist so lame. Oh, gegen Supertrunks. Den Zukunftstrunk. Schauen wir, ob wir gegen den überhaupt etwas ausrichten können. Ich meine, so tief können wir gar nicht schlagen. Wir müssen uns ja jetzt mal bücken. Ah, wir müssen uns so ein Kleinkind bücken. Chico, du warst freins Bild. Macht ja nichts. Du bist ein hübscherer Leiterbein als das jetzt gerade. Okay, das war jetzt gemein. Super Geogoku. Ach ne, wir kennen ja den großen Trunks. Okay. Komm her, Trunks. Alter, wie können sie denn diese Superattacke machen? Ah, ich hab jetzt fast geschafft. Super, mega Attacken. Zack, 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 zack. Komm her. Aua. Oh, das war knapp. BAM! 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 In der Luft. Habt ihr das gesehen? In der Luft setze ich mich hinne. BAM! 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 Ich komme jetzt. Nein! Die Musik auch wunderbar am Spielen. Alter, die Musik genervt so viel kein Stück. Nein! Nein! Hör auf damit! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Wir verlieren! Komm her, Drunks! Nein! Niemals! Wir verlieren nicht! Das lasse ich nicht zu! Ja! Oh, strikes again, ey! Alter Schwede! Zum Glück die Musik ist zum Glück richtig gut, ey! Die ist zum Glück nicht am Abspacken gerade! Alter Schwede! Alter, es wird immer knapper, ey! Vor allem irgendwann kann es nicht mehr knapper werden! Irgendwann ist Feierabend! Oh ja, jetzt ist der Bura! Ist das nicht so ein Typ mit einem M auf der Stirn? Nein, ich poppel mir nicht in der Nase. Ich halte gerade gegen die Nase, weil es juckt. Der Mann kennt es halt nicht so gut. Deswegen erkläre ich es nochmal. So, komm! Meine Nase juckt gerade voll ewes, das geht gar nicht klar. Na, dann wasch dich doch mal! Ah, witzig, du Lappen! Na, der Daten! Steht da gerade! Ich hab keine Ahnung, wie lange ich überhaupt schon spiele. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich werde es auch nicht länger durchhalten. Es ist gerade so lame! Alter Schwede, so schlecht habe ich es gar nicht in Erinnerung. Na gut, da war man nur noch klein, da hat man nicht so viel erwartet halt. Boah, ich tritt auch in die Eier, jetzt sind voll in die Eier, ey! Oh mein Gott! Au! Bam, bam, bam! In die Eier! Oh, nochmal in die Eier! Das ist somit der längste Superangriff, den ich je gesehen habe. Ey, das ist unfair! Auf damit! Alter! Nein! Wir haben verloren! Ja, weiter! Ist mir egal, hätten Sie einen anderen Charakter auswählen können, aber will ich jetzt nicht! Ich will den Affen jetzt fertig machen! Ah, jetzt sollten wir uns eine andere Figur auswählen, okay? Mit wem spielen wir denn diesmal? Ähm... Guck, ich spiele mal hier, wie geht er! Was ist das da? Dankeschön für Gesundheit! Ich weiß natürlich, dass ihr es gesagt habt! Ihr seid natürlich so nett und habt Gesundheit gesagt! Ich bin nicht super von euch! Ich kriege einen Daumen hoch! Na, 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 na! Na, egal! Ich werde heute wahrscheinlich noch ein anderes Video drehen! Guck ich mal, wie ich lustig bin! Na ja! Boom! Komm her! Wissen Sie, der macht nicht so ein langes Runterrandverfahren wie ihr! Na, macht einfach! Boah, wie ich den ausweiche! Hör auf damit! Wissen Sie, der macht nicht so ein langes Runterrandverfahren! Ich will gerne wissen, wie man die Super-Attacke macht, ey! Na ja! Oh, wie ich den ausweiche! Besser als jedes Technenspiel! Bam! Wir haben es erledigt, ey! Ohne Probleme! Ohne Probleme! Sofort niedergemetzelt, Alter! Ohne Witz! Einfach, weil wir es können! Sarbon! Wer auch immer das ist! Ich mach dich fertig! Lass uns kämpfen! Ja, das spricht man so aus! Kommt cooler irgendwie! Lass uns kämpfen! Das Geile ist, bei dieser Kamera hier sieht der Bildschirm grad viel heller aus, als er in Wirklichkeit ist! Voll lol! Alter, gar nicht so mit einer Mega-Attacke! Au! Au! Aua! Was soll ich sagen? Jetzt wird er noch ein Perfekt, oder was? Naja! Baa! Wissen Sie, wie kompliziert das ist, zu wissen, wo man tritt und wo man schlägt und wo man huftet? Au! Hehehehe! Hehehehe! Auf jetzt damit, ey! Nervlanzer! Au! Feuer! Feuer! Au! Au! In falsche Richtung! Boom! Ja, komm her! Lappen! Ausküchen! Au! Nein! Boom! Feuer! Nein, das gibt's doch nicht! Nein! Wir haben verloren! Oh Mann! Egal, das reicht aber auch. Es war lustig genug. Nein! Soll reichen! Ich fand's sehr lustig, sehr amüsant, aber es war jetzt überhaupt voll langweilig. Selbst das Spiel war voll langweilig. Ich meine, wie muss so das zugucken gewesen sein? Es ist ja unglaublich. Ja, das war mal wieder ein kleines Retro am Sonntag zum Dragon Ball Z. Ich glaube nicht, dass es da zu einem Kampf gegen Dengu kommt. Schauen wir mal, wie weit es dazu kommen wird. Bedankt mich fürs Zusehen. Schröder wie immer alles in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Und schönen Sonntag noch. Tschüss! 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 Vielen Dank.